Ja, einmalig auf jeden Fall, also das hätten wir auch so nicht erwartet natürlich und ja, es war geschlossene Mannschaftsleistung und von Anfang an halt sehr konzentriert, defensiv und vorne waren wir eiskalt und nicht nur dank mir, dank allen, wir haben das super, super ausgespielt vorne und das hat uns halt auch in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt und das war jetzt gut, dass wir es endlich mal durchbrochen haben und ja, aber fühlt sich so an auf jeden Fall. Es ist sehr hoch auf jeden Fall, es macht natürlich Spaß auch gegen höhere klassische Gegner zu spielen und ja, wir freuen uns auf die nächste Runde, genau wie wir uns auf diese gefreut haben.